Der Adpial X3 Laser ist ein 3-fach Rotpunkt Laser und in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach an diesen Laser kommst. Wenn du dich für Ghost Recon interessierst, abonnier auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal, dort bringe ich regelmäßig alles rund um das Ghost Recon Franchise. Den Adpial X3 Laser findest du in der Regions Makla Cove in der Verbundstofffabrik, und zwar in diesem Gebäude. Am besten näherst du dich aus südlicher Richtung, denn so kommst du an den Laser ohne entdeckt zu werden. Du kletterst einfach hier über die Mauer und betrittst das Gebäude durch den Hintereingang. Und dort siehst du bereits rechts die Kiste mit dem Adpial X3 Laser.